Hallelu, ich bin's wieder, eure Franzen zusammen mit der Antonia zeigen euch heute Kristalllippen. Den Look haben wir letzte Woche schon geschminkt und ihr vergesst aber auf gar keinen Fall, welches Video gefallen hat. Daumen nach oben, uns zu abonnieren und kommentiert gerne. Wir starten jetzt. Zuerst highlighte ich die Lippen. Gebt nun den Highlighter auch auf den Rest der Lippen. Ich trage nun einen leichten Kleber in den Innenrand auf. Ich bringe nun den Glitzer an. Ich bringe nun am Rand noch Kristalle an. Ich bringe nun den Lippen. Ich treibe jetzt den Schmuckrand auf. Ich treibe jetzt den Schmuckrand auf. Ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Vergesst auf keinen Fall uns zu abonnieren und immer schönen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!